Ich habe beobachtet für mich, dass ja, man könnte ja behaupten, in der öffentlichen Meinung oder Wahrnehmung ist Gott so ein bisschen obsolet geworden. Das heißt, man braucht ja nicht mehr. Was ich aber beobachte in dieser ganzen Identitätspolitik und Wokeness-Bewegung ist, alles was ja Ideologie ist, hat so ein bisschen, kriegt so langsam so einen religiösen Touch. Also ich finde, das Ganze erinnert ja mittlerweile wirklich an eine Glaubensgemeinschaft. Und da denke ich mir, vielleicht haben wir uns einfach irgendwie eine Ersatzreligion gesucht.